Alfred von Böckmann war ein preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant im Ersten Weltkrieg. Leben als Oberst war Böckmann Chef des Generalstabes des 14. Armeekorps in Karlsruhe. Man beförderte Böckmann am 27. Januar 1913 zum Generalmajor und ernannte ihn zum Kommandeur der 75. Infanteriebrigade in Einstein. Im Rahmen der 37. Division wurde seine Brigade mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs an der Ostfront eingesetzt. Bei den Abwehrkämpfen in Ostpreußen kämpfte er während der Schlacht von Tannenberg und an den Masurischen Seen. Am 15. August 1915 erfolgte seine Versetzung auf den Dienstposten als Generalstabschef der 8. Armee und dann Generalstabschef der Heeresgruppe. Bilo, Scholz am 8. August 1917 wurde ihm das Kommando über das 3. Reservekorps übertragen und am 5. September des gleichen Jahres folgte die Ernennung zum Kommandierenden General des 14. Armeekorps. In seiner letzten Verwendung während des Krieges war er vom 2. November 1917 bis Kriegsende Führer des Kadekorps. Am 30. September 1919 bewilligte man seinen Abschied und versetzte Bergmann in den Ruhestand. Auszeichnungen Roter Adler Orden 3 Klasse mit der Schleife und mit Krone Kronenorden 2 Klasse Preußisches Dienstauszeichnungskreuz Kommtur 2 Klasse des Hausordens Albrechts des Bären Kommtur 2 Klasse des Ordens vom Zeringer Löwen Offizierskreuz des Bayerischen Militärverdienstordens Kommtur 2 Klasse des Ordens Philipps des Großmütigen Kommtur des Greifenordens Preußisches Seerenkreuz 2 Klasse Offizierskreuz des Albrechtsordens Ehrenkreuz von Schwarzburg 3 Klasse Eiserneskreuz 2 und die Klasse Kommtur des Königlichen Hausordens von Hohen Sollern mit Schwertern im März 1915 Eichenlaub am 1. Juni 1917